Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let Me Stream, Watch Me Stream, My Mental Breakdown. Das ist schon gut, wenn man den Titel des Spiels kennt. Ich bin die Pseudonymer, das ist die Pummelrunde und Mama und Papa werden jetzt ein nettes Gespräch mit uns führen. Zumindest vermute ich das. Ich meine, vielleicht kann er ja irgendwie den Brief klauen, aber ich vermute, dass das nicht klappt. Also, ja, schauen wir mal, ne? Oh mein Gott, der Briefkasten ist schon leer. Aber wer hätte das gedacht? Pocci? Ähm... Hi, Mom! Sind deine Prüfungen jetzt vorbei? Äh, was? Oh, äh, äh, ja... Und du wolltest Mami besuchen, stimmt's? Ja! Ja, ja! Wie süß von dir! Vielleicht hätten wir Mama und Papa öfter besuchen sollen, aber irgendwie hatte ich auch das Gefühl, ich will nicht nur zu Mama und Papa gehen, um Geld zu holen bei denen, aber okay. Ähm... War heute irgendwas für mich in der Post? Post? Ich bin nicht sicher, ähm... Papa sollte gleich zurück sein! Oh, da kommt er ja! Wieso hast du so lange gebraucht? Ist da irgendwas im Briefkasten gewesen für Pocci? Ja... Da war was! Wir müssen uns wohl mal unterhalten! Gut, du kannst deine Unterhaltung haben. Aber dann beim Frühstück! die bus am verhungern sein gib uns eine minute wir werden gleich da sein okay aber bei durch mama bleibt hier mama also hört zu kleiner scheiße ich glaube der papa liebt uns nicht besonders ich habe deinen wertvollen brief genau hier der das war nicht meine schuld da klar es ist nie deine schuld porsche schwänzen und sich verhalten wie ein wie ein ich habe gerade vergoren im kopf aber das falsch wie ein verwöhntes gehör ist das eine aber deine mutter an lügen während du geld einstreicht da ziehe ich den da ziehe ich die grenze ich es tut mir leid tut es dir wirklich leid weißt du was mir reicht's damit dein oh gott es ist ein ganz furchtbares gespräch kann man sich gut vorstellen mir reicht's damit seinen deinen faulen hintern zu unterstützen was meinst du damit du weißt genau was ich damit meine du schmarotzer wahrscheinlich raus aus meinem haus er schmeißt du uns raus dafür ist es nicht ein bisschen hart ich meine ich würde ja verstehen wenn er sagen wird und kriegt kein geld mehr von uns aber du bist immer noch unser papa was zur hölle er schmeißt uns raus also so also komplett aus seinem leben wie kommt es dass wir 20 mental health haben kannst du mir das mal erklären das ist okay wir brauchen geld was pay off your student loans was oh gott dieses spiel will tatsächlich dass man mental zusammenbricht aber wir machen jetzt trotzdem erst mal dass wir machen dieses und dann werden wir arbeiten gehen was hat zeuchelt ja hier kommen das meint nicht mehr so lassen wir das mal ja mal schuld bitte ich glaube ich behalte die oder ja nee nein jetzt noch nicht nein so können wir das hier machen jetzt haben wir jetzt so wenig zuschauer wieder aber okay ähm achso nein wollte jetzt eine spielen mhm vier der mensch ist ganz schön viel warte mal vier hunger tags ist niemand ne ich glaube ich mache erstmal das ja ist nicht so gut ne so jetzt ne warte erstmal würde ich das gerne machen und danach können wir äh das hier machen ja so ist der plan das behalten wir glaube ich und das für null ne das tun wir weg wie die anderen kann was denn hier los sag mal sechs ich muss auf jeden Fall das machen ähm ja erst mal das oh gott dieskart ja wäre vielleicht besser warte mal das hier das kommt weg uff zwei damage ein damage fünf shield ja wir machen mal das hier das wird ja mal schlimmer ey diskart nein gerade glaube ich nicht würde er gerne mal unsere mod benutzen ich denke das mal plus eins ne toxicity ich glaube da machen wir erst mal das wow ich möchte auf keinen fall drei schaden kriegen aber ich brauche mir die gleich ne ich glaube ich tilt die mal weg und hoffe ja genau das sind doch bessere karten hier mhm status was 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 da los was passiert moment satisfied der die jetzt wir machen mal hier mod wieso macht der das denn oh oh das ist ja schön family friendly okay 19 follower ja okay wir dürfen keine zuschauer kaufen das mögen die leute wer hätte das gedacht panto wins suffer damage equal to toxicity wow okay satisfy hunger equal to double your shield value okay satisfy eight hunger lose eight percent of your audio audience hmm suffer damage equal to toxicity unsatisfy ten hunger satisfy hunger equal to double your shield hmm zwischendurch ist das ja ganz cool ne aber ich weiß nicht oder eight hunger und lose eight percent of your audience hmm ich glaube ich mach mal das wir müssen unsere taktik ein bisschen ändern glaube ich sechs aber jetzt erstmal schlafen und dann arbeiten gehen weiß nicht so genau was ist hier klug ich habe mich entschieden diesen stream dingens eine chance zu geben okay inwiefern welp das wird deine beerdigung also wir wollen jetzt gegen sie spielen sehr lustig das ist ziemlich einfach um ehrlich zu sein schau einfach nach porsche okay okay fein ich werde dir bescheid sagen wenn ich zeit habe porsche nicht einen einen an den an e im Wir sind hilfsbereit und nett und so. Ja. Okay, das war's. Dieses App-Dingens ist alles, was ich brauche? Ja. Das ist wirklich viel einfacher, als ich dachte. Früher war es viel schwieriger, als es noch keine offizielle Software dafür gab. Ja, dann hätte ich deine Hilfe ja gar nicht gebraucht. Marisa, das ist echt doof, ne? Das Zeug zu installieren, das ist ziemlich einfach. Ich wette, sie hebt voll ab und wir kacken einfach ab. Ja, richtig, richtig. Du musst in der Kamera sein und diese ganzen Spiele spielen. Äh, das ist wirklich harte Arbeit, richtig? Naja, also um ehrlich zu sein, gibt da noch so ein Produktionsteil. Du meinst so eine Webcam in dein Gesicht zeigen lassen? Jeder, der... Was? Du möchtest, du möchtest... Achso, du möchtest... Anywho? Anywho? Wie verwirrt. Äh, du willst wahrscheinlich noch ein ordentliches Mikro anschaffen und, äh, ein Audiointerface und eine Capture Card. Am besten ein Kondensier-Mikrofon. Heißt das auf Deutsch? Weiß nicht. Ähm, weil ein dynamisches Mikrofon würde... Also, damit müsstest du das, äh, immer einen Inch von deinem Gesicht fernhalten. Ähm... Ja, ich weiß Dinge. Und ein, äh, ordentliches... Kondenser-Mik, ich nenne das jetzt einfach so. Äh, dafür brauchst du auch noch Phantom-Power. In deinem Audiointerface. In deinem Audiointerface. Äh, natürlich. Deine, die Webcam deines Laptops wird auch nicht ausreichen. Und ein Greenscreen wäre auch noch schön zu haben. Aber wenn du das alles erstmal hast, dann ist es ziemlich einfach, diese Dinge, äh, miteinander arbeiten zu lassen. Live. Mhm. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke... Glaube ich nicht, dass du all das jetzt sofort brauchst. Nein, bitte. Red nur weiter. Ja, haben dir geholfen, okay. Ich fühle mich, als wäre mein IQ jetzt, äh, mindestens 200 Punkte höher. Nun. Es, äh, wird wohl ein paar Tage, ein bisschen Zeit brauchen, das zu, äh, zu verdauen. Du hast mich hungrig gemacht, wie eine Mutterfliege? Motherflake? Keine Ahnung, wie irgendwas. Lass uns Pizza essen gehen. Ich bezahle natürlich. Weil du bist ja der Pro-Streamer. Danke. Ich kriege Pizza. Pizza Break. Immune this turn consumable. Oh. Das ist eine super Karte. Das ist eine super, super Karte. Haben wir auch ein bisschen Mental Health, weil wir ja Socialized haben? Nein. Okay. Dieses Plus 2, ne? Das ist einfach so. Wow. Plus 2. Danke. Spiel. Oh nein. Schockte, äh, geschockierte Fans. Oh, ha. What? Was ist das für eine Nachricht? Schockierte Fans sehen ihrem, äh, sehen ihrem, äh, ihrem Lieblings-Streamer zu, wie er stirbt, wie er live stirbt während eines Marathon-Streams. Welche, wieso, warum, warum hast du nicht gegessen, getrunken, was ist da los? Was denn? Ich komme. Hä? Kann ich ihnen helfen? Es gab Beschwerden über komische, ähm, Geräusche, die aus ihrem Apartment kommen. Aus deinem Apartment kommen. Hä? Einer, äh, deiner Mitbewohner hat gesagt, dass du, ähm, ach so, dass deine Hobbys ihn letzte Nacht aufgeweckt haben. Oh. Das war der, ähm, Fernseher. Äh, sie hat hier schon so ein Ding immer. Äh, äh, er hat gehört, wie du irgendwas darüber gerufen hast, ähm, Leute umzubringen? Es ist nur Videogames. Äh, äh, I left the TV und nein, das sind nur Videospiele. Wahrscheinlich müssen wir ja dann erklären, was das ist, aber... Warum sollten wir sagen, es ist ja Fernseher? Es gibt Videospiele übers Umbringen? Äh, ja. Interessant. Willst du jetzt auch anfangen zu streamen, oder wie? Machen wir jetzt alle in unserer Umgebung zu streamern? Wer, was? Wer ist da? Ja? Ach so, jetzt muss... Es ist ein wunderschöner Morgen, nicht wahr? Ja, 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 ist ein... Wir müssen arbeiten gehen. Und wir müssen schlafen und... Okay, wir können ja einmal das machen, ne? Haben wir ja im Endeffekt trotzdem Plus raus, oder? Wenn wir jetzt dann arbeiten gehen und so. Wir können aber nicht mehr als 20 haben, oder? Das weiß ich gar nicht. Können wir mehr als 20 haben? Ich glaube nicht. Okay, dann haben wir einen HP, dann kommen wir jetzt zur Construction Site und da arbeiten. Ja, komm, machen wir einfach. Machen wir mehr Geld, oder? Ja. Ja, das machen wir so. Und dann gehen wir arbeiten. Und zwar hier. Nächstes müssen wir nur einmal im Monat oder so arbeiten. Ist ja auch schon mal gut. Wir sind super Arbeiter! Wir haben schon mal die Miete drin. Das ist schon mal gut. Wir können mal neue Spiele und so kaufen. Also, ich finde es okay. Ja, komm, das ist doch okay. Das ist doch okay. Ja. Dann können wir jetzt weiter streiten. Was passiert jetzt? Herze Hölle? Ich habe gar nichts gemacht! Kann ich Ihnen helfen? Wegen diesen... Wegen diesen Videospielen. Würdest du mir das zeigen, was du gerade spielst? Können wir nicht... Können wir mit ihr zusammen streamen? Das würde ich voll gerne machen. Ähm... Klar! Wie cool ist das denn? Das ist voll toll. Voll toll. Was... Was... Was passiert jetzt hier? Wie geht's dir, Potschi? Mama, es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe. Mir geht's gut. Potschi, jetzt sag, dass es dir leid tut. Himmel, Herrgott! Gut genug. Dass er auch immer deinem Vater gesagt hat. Er meint's nicht so. Hm. Er hat sich für mich ziemlich ernst angehört. Ach, Potschi. Du weißt doch, wie er ist. Hm. Dass du den Abschluss schaffst, war sein Traum. Wenn du nur sehen könntest, wie... Wie... Wie stolz er auf dich wäre. Nee. Wie stolz er auf dich war. Er hat immer mit dir angegeben bei seinen Freunden. Und unser Potschi studiert in der Stadt. Och, Papi. Also war er einfach verletzt, weil ich das nicht so gemacht habe. Können wir jetzt mit der Oma streamen, bitte? Ich will mit der Oma streamen. Okay, wir streamen. Ähm, Pay off your... Ja, können wir doch nicht, okay? Wie viel Zeit haben wir dafür? Wir brauchen mehr Geld, ne? Hm. Sollen wir besser arbeiten? Können wir ja immer noch nicht bezahlen. Können wir das nicht... Ich kann das nicht auf einmal bezahlen. Naja, okay. Wir gehen jetzt. Wir werden uns erst mal streamen. Ähm. Okay, wenn wir jetzt nicht haben, wir auf The Week. Wir machen jetzt Simulation für 30. Ja. Ja, die behalten wir. Das können wir machen. Ja, ja. Wieso sind die auf einmal alle so niedrig? Aber okay. Können wir alles machen. Ein Toxicity? Ja, das ist okay. Ähm. Ja. Können wir uns nicht alle banen. Achso. Klar kann ich. Nein, will ich aber nicht. Du bist dumm. Wollen wir das einfach machen? Wieso nicht? Dann haben wir das schon mal, oder? Das ist okay. Ja. Weiter. Das möchte ich machen. Kann wir die Karte wieder... Ich kann die rausschmeißen, ne? Ich sollte die rausschmeißen. Ähm. Ja, such den Job. Bla, bla, bla. Mach mal das. Bim, bim, bim. Bim, bim, bim. Ich träume heute Nacht von der Musik. Ich sag's euch. Äh, Discard. Ja, die hier bitte. Vier? Ha! Kann's mir gar nichts. No. Ich glaub, wir sollten die mal spielen. Äh. Ja, wir werden mal das ein bisschen niedriger machen. Ja. Ja, One Damage. Damit kann ich leben. Ein Hunger und zwei Schild. Her damit! Eine Nase kitzelt. Warum? Hau auf damit. Die will ich nicht spielen. Die will ich echt überhaupt nicht spielen, ne? Das müsste ja auch so irgendwie gehen. Also weg damit. Und mehr Schuld. Und? Ja. Ich weiß gar nicht, wie sinnvoll das ist, zu versuchen, dass der Stream so lange wie möglich geht. Pizza Break! Oh ja, die müssen wir uns aufhalten für später. Hm. Wie macht man das? Discard? Nein. Ich möchte unseren Mod nutzen. Nehmen wir die oder die 4 Damage ist halt schon, ne? Aber das hier. Drei. Dann haben wir das. Dann müssen wir. Ja. Ich nehme jetzt mal die. Nein. Genau. Jetzt haben wir zwei. Dann kommen wir die theoretisch. Haben wir noch was mit Schild? Nein. Ähm. Dann nehmen wir die. Nein. 4 Damage. Nein. Okay, warte. Ähm. Da ist ein bis 4. Die kann mal weg. Ich hoffe, wir kriegen... Ja. Auch nicht so gute Sachen, ne? Na gut. Da müssen wir jetzt leider mal hier den Stream langsam fertig machen. Hm. Ja, wir brauchen ja nur noch einen, ne? Ich tue die mal weg, weil wir mal gucken, was wir kriegen. Ein 2-Schild. 5 Damage. Ich kann auch die jetzt nehmen, weil... Warum nicht? Ich meine, es ist egal, aber ich will die jetzt nehmen. Und? Plus 17 Followers. Und eine neue Karte. Ähm. 7 Hangar. Und 2 Toxicity. Was? Wieso ist das irgendwie Pocket-Healer? Okay. 3 Runden-Taktik. Lower Toxicity. 2 bis 5. When this expires. Okay. Interessant. Ähm. Nein. Das will ich nicht mehr. Wir sind darüber hinaus, okay? Sind jetzt ein guter Stoener. Hm. Okay. Ähm. Die finde ich gut. Die aber auch. Die finde ich interessant. Lower Toxicity. 2 bis 7 bis 5. Wenn this expires. Also nach 3 Runden passiert das dann. Ich glaube, die nehmen wir mal. Ja. So ein bisschen Geld. Was passiert jetzt? Jetzt will Granny, äh. Granny Ren auch anfangen. Was ist die Granny Ren? Die Granny jedenfalls. Anfang zu streamen. Ich sag's doch. Ich überlege eine, eine Videospielmaschine zu kaufen. Wo würde ich die kaufen? Ähm. Eigentlich. Egal wo. Nun. Es gibt ganz schön viele Optionen. PC. Mobile. Konsolen. Which. Womit ich auch immer. Was auch immer. Mit Gewalt funktioniert. Oh nein. Ach. Ach. Herrlich. Ähm. Das wäre bei allen so. Splendid. Hervorragend wahrscheinlich. Eine Konsole. Wäre vielleicht ein guter Anfang. Ah ja. Obwohl, äh. Gaming Gear ist, äh. Ziemlich teuer. Oh nein. Wird sie die Miete erhöhen? Geld ist kein Problem, mein Schatz. Ja, dann ist er gut. Kaufen wir jetzt einen Computer oder was? Ah. Wir haben schon wieder Kopfschmerzen nachts. Warum denn? Hör doch auf mit dem Kopfschmerz. Müssen wir uns irgendwann Tabletten besorgen oder was? Können wir jetzt rausgehen und einen Grandin Computer kaufen? Nee, okay. Dachte ich. Nee, dann. Ja. Hinlegen, bitte. Ab ins Bettchen. Und zwar am besten danach nochmal. Wir müssen arbeiten gehen. Och. Gut, dann gehen wir erst nochmal arbeiten und dann gehen wir nochmal ins Bett. Und vielleicht gehen wir dann nochmal ins Bett. Vielleicht ist aber dann schon wieder Monatsende und wir müssen Essen kaufen. Och. Hallo. Hm. Ja, sowas da ist mir schon. Du passt besser auf, denn ein super talentierter Streamer ist dabei, dir deine Zuschauer zu stehlen. Ich frage mich, wer das sein könnte. Na, ich. Na, ach. Also hast du noch nicht aufgegeben mit dem Streaming? Nope. Vielleicht komm mal vorbei und gebe dir ein paar Tipps. Ich fürchte wirklich, sie ist viel besser als wir. Was sagst du da? Der... Der berühmte Streamer Potschi wird zu meinem Kanal kommen? Ich werde auf jeden Fall ein paar böse Kommentare schreiben, wenn ich in deinem Chat gehe. Darauf freue ich mich schon. Ja, und ich mir erst. Ja, Rundschaft, Hype-Spreader. Okay. Ja, wir gehen jetzt arbeiten. Wir müssen leider arbeiten. Nützt ja nichts. Wir müssen ja auch irgendwann mal hier unsere Schulden bezahlen. Ich frage mich, wie wir das hinkriegen sollen. Aber okay. Vielleicht sollten wir auch mal... Oh Gott, mein Finger. Vielleicht sollten wir auch mal... Nochmal zur Construction-Zeit. Dann haben wir aber wieder ein Herz weniger. Und ich glaube, wir kriegen immer nur eins dazu. Aber es lohnt sich vielleicht, hm? Weiß nicht. Schwierig. Sehr schwierig. Ja, ich will mit Granny Winn raushängen. Was? Entschuldigung. Abhängen. So. Abhängen heißt es auf Deutsch. Das nehmen wir. Ich möchte da hin. Wir könnten natürlich mal nach Hause fahren, aber nö. Ich will mit Granny... Ja! Granny! Ich mag Granny Winn. Ich habe Probleme mit diesem Boxspiel. Oder Schlagspiel... Mit diesem Punchspiel, wie nennt man es mal so, das ich gekauft habe. Was denn? Treten und schlagen ist super. Aber... Wenn ich die anderen Moves versuche, dann funktionieren die irgendwie nicht. Nun, ähm... Bist du dir sicher, dass du die Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drückst? Reihenfolge? Schatz? Du musst sie einen nach dem anderen drücken. Oh! Ach, Granny! Plus zwei! Oh, das ist ja schön. Ich mag Granny so gerne. Oh, Himmel. Okay. Was? Guys, wie mache ich... Ähm... Ach, schon gut. Alles gut. Oh, hey, Gonzel HL3. Danke für den Sub. Subs? Guys, heute gibt es keine Spiele. Nur ein Chill... Äh... Nur Kaffee... Kaffeezeit mit Arisa. Und halt auch mir wegen Forknights Fragen zu stellen. Nee, mich um Forknights zu bitten. Ich bin sowas von fertig mit diesem Spiel. Außerdem, äh... Danke auch für die ganzen Subs, die früher... Vorher reingekommen sind. Ich kann einfach... Ich schaff's einfach nicht, alle zu erwähnen. Ich hab's ja so... Ich hab's gewusst. Jedenfalls. Äh... Lass uns mal loslegen. Mein Essen heute. Wie? Wie zur Hölle... Kann sie so viel weiter sein als ich? I knew it. Ich hab's gewusst. Vielleicht gibt's ja uns ja jetzt mal ein paar Tipps. Ach, Granny, du bist's. Ja, hier. Ich nehm das. Ja, und dann streamen wir erst mal und dann gehen wir arbeiten. Wollah, wir gehen erst arbeiten. Ich geh erst mal arbeiten und dann streamen wir, glaub ich. Ja, wir machen das so. Arbeiten. Dann hab ich vielleicht auch nicht so ein Problem damit, äh... Wenn ich mir irgendwas kaufen muss, wir gehen erst mal hier arbeiten. Können wir hier einen besseren Job nehmen? Leben ist nichts als Leiden. Und dann stirbst du. Oh Gott. Ja, okay. Okay, 8.15. Uff. Ja, jetzt können wir wieder streamen. Warum? Das Quartal ist ja noch überhaupt gar nicht rum. Oh, das macht mich fertig, ne? Das Spiel macht mich echt fertig langsam. Möchte doch nur erfolgreich sein. Wer klopft jetzt? Ach so, du bist. Ich glaube, ich komme langsam mit diesem Dummy klar. Ah, sieht so aus. Warum weißt du das? Und du warst doch noch gar nicht an meinem Channel. Das hast du aber versprochen. Ich hab gelögt. Hier und da. Von Zeit zu Zeit. Und du hast mir irgendwas gesagt? Dein Chat ist so hektisch. Das würdest du doch gar nicht sehen. Du klingst nicht besonders glücklich darüber. Nur, dass du es weißt. Ich präferiere meinen Spammy-Chat. Boah, die könnte ich, ne? Gerade so. Aber okay. Ich präferiere meinen schnellen Chat über deinen, äh, im Gegensatz zu deinem Toten, deinem Totenstille-Chat in deinem Kanal, wie es eigentlich so ist. Ja, weiß schon. Ja, nun, äh, nicht jeder kriegt Follower umsonst. Okay, Pocci. Das hilft auch nicht. Ihr seid beide doof. Ihr seid einfach beide doof. Können nicht ordentlich miteinander reden. Och. Und wir bringen uns einfach um mit der Arbeit. Okay, komm, wir streamen jetzt. Ach so, warte mal. Ich möchte gerne unser Deck mal hier. Ich möchte diese nicht mehr. Nichts mit bezahlen und dafür, ja. So. Das machen wir nicht. Das werden wir nicht tun. Safe. Das können wir nicht bezahlen. Ich kann, ich, ach. Okay, weißt du was? Hier, ich werde mal kurz Pause machen. Und dann denke ich mal darüber nach, ob ich jetzt streamen will, arbeiten will. oder mich in die Ecke setze und weine. Das ist doch schlimm. Das ist wie im echten Leben. Alle sind besser als man selber. Und, und, und die Leute gehen überall gucken, nur nicht bei dir. Und, und so. Und, ja. Und dann, dann ist ja noch der Papa sauer auf uns. Und, aber die Granny ist cool. Ich finde die Granny sehr cool. Ich möchte mehr Zeit mit Granny verbringen. Ähm, vielleicht mag die uns dann so sehr, dass die dann auch sagt, hey, ich gebe dir Mietnachlast, weil ich finde dich voll toll. Ja, wir arbeiten darauf hin. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Lasst mir gerne ein Like, ein Kommentar und auch ein Abo da. Und, äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich weiterhin meinen, äh, mentalen Zusammenbruch streame in der Puppe-Runde. Tschüss.